also wenn ich mal nachtschicht habe wollte ich sagen da sind ungefähr noch zehn leute aus dem gebäude verteilt nach relativ großes gebäude wo eigentlich 100 oder 150 oder 200 arbeit können sind also nur zehn und wenn man mal so ein bisschen durch die gänge geht dann kann es schon sein in einem dunklen gang dass man sich überlegt ob denn da ein creeper um die ecke ihr werdet jetzt lachen aber das habe ich wirklich schon mal gedacht und das ist natürlich blöd der war unten so den rest kriegen wir hoffentlich also jetzt noch mal das ganze mit diesem bogen hier darf doch nicht sein dass ich das hier nicht hinkriege hört man zu also das sind jetzt zwei dann mache ich das hier auch mal so zwei hier hin tun wir also miteinander verbinden wir mal miteinander so das waren zwei jetzt kommt einer jetzt kommt einer so nach dem einkommen jetzt von oben gucken habe ich hier kein zeug mehr doch da ist noch ein bisschen erde gemacht so 21 so und jetzt kommen dann das war wieder eins und dann müssen wir zwei machen dann hier 212 zack und hier noch mal 212 zack dann müsste man hier entweder eine ungerade zahl haben und haben wir auch ja so sieht das doch mal ordentlich aus hier dann schmeiße ich das mal wieder weg das jetzt im wahrsten sinne des wortes denn das wird jetzt alles nach unten rutschen so da war das doch wenigstens auch geschafft hier das konnte ja nur nicht sein dass das gar nicht geht halt das lassen wir noch mal hier denn jetzt bauen wir mal hier so streben an die das ganze halten sollen natürlich schrieb das in mein kraft alles in der luft das wissen wir ja aber wir tun jetzt mal so als wenn das nicht in der luft schweben da müssen wir hier hin und bauen dann jetzt zwei hin so habs auch noch an den rest weg so da können wir jetzt den da dran und wir auch gut dann den da dran und den da dran so und dann fehlen uns dann halt hier noch zwei und das machen wir dann erst einmal so hin ob da jetzt noch einer dort kommt weiß ich nicht hier dass wir das sowieso so machen so streben damit haben wir das also erledigt hier gehen wir mal auf sicheren grund okay dann machen wir immer zu alles schön dicht machen das heißt hier kommt ja dann kies hin da wird ja gar nichts dicht gemacht groß da muss ich jetzt aber schon aufpassen dass ich mich da nicht auf die schnauze liege mich noch da noch sein stand genug haben wir denn auch nein haben wir nicht so so ist das doch schon mal schön hier machen wir so glas noch hin da haben wir da schön blick auf das magische auge kommt kies hin wo ist die sonne da oben da kann ich direkt noch mal so ein bisschen kies hin bauen und dann dann machen wir erst mal hier weiter mit dem ding und zwar werden wir hier dann dann so lange wie da auch ob sasser erst mal so und dann alles also inzwischen raum aber immer einen freilassen ach ich gehe dann mal drauf so ist das besser hallo drauf habe ich gesagt so so ist das wunderbar da kommt ein glas hin das ist in der gleichen höhe oder ja dass wir jetzt noch blöder wenn ich mich da in der höhe vertrauen hätte moment wenn ich da sind wie ich darum mache dann muss ich nur hier unten mit erde machen nicht da oben das muss sowieso alles weg da kommt also auf diesem niveau von kiesweg kommt dann auch der burke abnehmen so der kiesweg geht dann hier herum geht dann hier entlang aber immer weg und hierfür nicht so stürmisch opa sonst bezahlst du das mit dem leben mit dem leben es ist heute tierisch heiß wir haben jetzt nach mitternacht weit nach mitternacht und ich schwitze immer noch hier aber wir haben ja Sommer wisst ihr noch was vor war das sechs monaten nicht ganz fünf monate und ein paar zerquetschte Anfang Februar könnt ihr euch da noch dran erinnern oder nicht es war klapperkalt minus 20 grad ich glaube sogar irgendwo hinten in der ukermark also von mir aus gesehen hinten in der ukermark von den leuten in polen ist das natürlich vorne in der ukermark oder von den ukermarkern selber minus 28 oder 29 grad das ist kalt und jetzt haben wir plus 30 oder ich hatte hier auf der terrasse glaube ich 34 heute das sind 60 grad unterschied das ist was so legen wir uns mal hin legen wir uns mal hin dann dann Vielen Dank.